Wenn man den Mund lange öffnen lässt, können die Sorgen vielleicht aus einem Haus fliegen. Bitte, bitte machen die die Tür auf. Sie wissen selber, dass Sie schon ganz lange einen Ausweisungsbescheid haben. Mama! Mama, mach die Tür auf! Ich will nicht in einem Flüchtlingsheim. Und das ist die Hut. Deine neue Pflegemama. Hallo. Wir haben unsere eigene Mutter, unsere eigene Wohnung. Oskar, Lilly! Oskar, ich werde dich finden. Egal, wo sie dich hinbringen. Wir haben es richtig schön für dich gemacht, gell? Dass du dich wohlfühlst und dass du dich... Sagst du was? Ja, wo ist das Fleisch? Oskar, wir sind Vegetarier. Kann ich ja nicht Vegetarier sein, der auch Fleisch ist. Sei es aber auch, Alter. Das wird schon. Ich will, dass es dir gut geht, Oskar. Ich will auch, dass es dir gut geht. Meine Erfüllung für dich. Und? Wie geht's mit Zittern? Wunderbar! Liebe Mama, ich hab gehört, dass es dir schneller gut geht, wenn es uns auch bestens geht. Mir geht's bestens gut. Wenn die Sonne durchscheint, ist es ein gutes Zeichen. Okay. Dir ja... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020